Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal, zum guten gleich und zwar vom 05.05.2019 Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So und damit fangen wir direkt auf der linken Seite an. Und zwar haben wir jetzt zum ersten Mal den Luminos. Den Luminos haben wir hier. Ich glaube, da haben sich die Noten an die Soke geändert. Gucken wir mal, ob das wirklich das ist. Und wir haben 4,25 bei 25 Votes zum ersten Mal am 4. Mai 2019. Ja, gestern. Für 15 Vibax. Axtralax, die ist heftig. Dann haben wir die Axtralax für 1200 Vibax. Ja, die ist einfach krass. Haben wir aber auch schon gestern bewertet. Also schaut mal oben in die rechte Ecke. Da ist das Video verlinkt in dem alles noch. 4,5 von 5 bei 12 Votes zum ersten Mal am 4. Mai. Dann, oh ja, da sind wir schon fertig. Dann sind wir bei Traum. Also Dream. Dream. Oh ja, das ist immer krass. 4,625 bei 39 Votes für 12 Vibax. Dann Splitterbruch. Splitterbruch. Der. Wow. 4,925 bei 12 Votes. Das war es auch schon von dem Zeit. Oh Gott. Dann haben wir den Starlord. Auch den verlinken wir nochmal oben. Denn den haben wir auch schon bewertet. 4 von 5 bei 52 Votes. Zum ersten Mal am 30. April 2020. Tanzduell haben wir auch ein separates Video mit allen möglichen Skins aus Fernseforts Spind. Haben wir auch jetzt oben verlinkt. In der rechten Ecke. Also da wo ich eigentlich bin. Okay. Der 1 auf 4,565 bei 36 Votes. Dann die Milano. Die Milano. Hammerteil. 4,7155 bei 28 Votes. Guardians X. Guardians X hat 3,685 bei 19 Votes. Und die Black Widow. 4,4355 bei 49 Votes. Zum ersten Mal am 25. April 2019 im Shop gewesen. Ja. Und wieder aus Pirouette. Da haben wir auch eine Note von 4,365 bei 28 Votes. Zum ersten Mal am 25. April 2019. Dring gewesen. Ja. Oh. Und wieder aus Pirouette. Ja. Da haben wir auch eine Note von 4,365 bei 28 Votes. Zum ersten Mal am 25. August. Äh. August. Mai. Ne. April. Aja. So. Jetzt fangen wir mal unten mit dem Heumichel an. Ja. Äh. Das ist nicht der Heumichel. So. Fangen wir mal unten an. Genau. Wir fangen unten rechts an. Jetzt fangen wir an den Heumichel. Zoom mal an den Heumichel ran. So. Jetzt. Was hatten wir da oben drauf? Das sieht aus wie eine Zitrone. Ist aber ein Entlein. Ein Entlein. Mit einem Nest. Ein Enten-Nest auf seinem Strohhut. Sieht ziemlich dämlich aus, würde ich sagen. Mit so einem 80er Jahre Schnurrbart. Ein Teil kriegt von mir 4 von 10. 2 von 10. 3,5 von 5 bei 12 Votes. Erstmal am 6. März 2019 im Shop gewesen. Dann kommen wir zum Wackelquatsch. Ich glaub dazu müssten wir auch noch ein Video haben, oder? Haben wir zum Wackelquatsch? Haben wir nicht. Ich guck mal. Also wenn ich das habe, dann sollte das oben jetzt auch nochmal verlinkt sein. Der Wackelquatsch. Für 500 V-Bucks. Ich geb dem 7 von 10. 6 von 10. 3,095 bei 11 Votes. Das war am 4. März 2019 im Shop gewesen. Das Ding ist geil. Da hab ich auf jeden Fall auch ein Video zu. Können wir auch oben verlinken. Jetzt können wir extrem viel inzwischen verlinken. Leuchtebe. Hammerteil. 10 von 10. 10 von 10, ja. 4,1,6 und 5 bei 19 Worts zum ersten Mal am 2. Februar 2019 im Shop gewesen. Dann haben wir den Arche-Type. Das ist auch schon drei Monate her, ne? Arche-Type. So. Arche-Type. Mach den mal groß da. Summe den mal ran. Das Ding, ja, für 15 V-Bucks. Ich find den, ja, ist okay. 6 von 10. Aber nicht so prickelnd. 6 von 10. 6 von 10. Oder Twitch Prime's genehmigt geb ich natürlich viel mehr als 5 von 10. 3,7755 bei 12 Votes zum ersten Mal am 5. August 2018. So, dann haben wir die neue Musik. Jetzt müssten wir eigentlich mal, um die richtig hören zu können. Ja. Okay. Na, wir kommen noch mal. Daskungeln der archiviert. Meine Musik. Es geht lange. Das ist noch mehr Musik. Ich glaube jetzt ist er durch. Ne. Ist ja krass. Lass mal laufen. Das ist so ein Ding und es geht 12 Stunden lang. Das gibt es ja auch so eine Musik. Jetzt sind wir aber glaube ich durch. Ne. Warte. Jetzt sind wir durch. Total Funky finde ich echt mega witzig. Vor allem geht es ewig lang und ist für 200 B-Bucks. Also Total Funky finde ich recht nice muss ich sagen. Und kriegt von mir 8 von 10. Von mir kriegt es 7 von 10. Und wir haben keinen Rating. Also wenn es euch gefallen hat würde ich mich selber liken. Abo. Haft rein bis da rein. Und tschüss.